hallo herzlich willkommen wieder bei der nächsten folge von fellowtweer und wir sind da wo haben wir letztes mal ich habe euch erzählt wir sind in county crossing und die crossing er will wir sind genau so haben wir hier mission des fischers aber nicht sie kurz nachschauen haben wir das mal oder haben wir hier das markiert theoretisch hälfte verteidigen ok ok so das machen wir später aber erstmal will ich das eben werde besser gut gehen die zwei personen weil ich hier waren zwei personen was hier empfiehlt schutz erst haben wir genug schutznahe ok energie essen was haben die genug schutznahe ok weil der irgendwie information bekommen das schrauben schrauben kann doch brauman scheiß so ein verdammt scheiß diese sachen brauchen diese dinge ich bin nicht ganz als tragen mit mir beteiligen ich muss irgendwann machen das sollte ich alle überall verteidigung stellen weil das geht nicht langsam legen wir los devos, wie bist du wenn ich? bapaja ist es da bapaja ist her das geht nicht noch was ich komme da haben sie wir haben zum glück junge jungen leere einmal okay okay dann hast du mir geholfen hat sie abzuwehren unterhaltung so gerade noch rechtzeitig gekommen was was wollten sie hast du mal ein super mutanten lager gesehen die sind nur auf nahrung aus und damit sind wir gemeint naja wir wissen die hilfe zu schätzen ich will nur ein bisschen handeln schieß los kann ich hier weil die haben kein auch kein schuss scheiße warte 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 mal kann ich hier klären das oder nicht nein was und wozu dieser ganze schluss dass du kannst verregnen das hat sich voll gelernt für dich stahl stahl komm das alles kann ich weg machen geil das freut mich holz ach holz geil das kann ich nicht weg machen super zwei stahl stahl vier stahl aber was ist außer dann kann ich nicht weg machen das ist bei mir schon ist schon mir klar das ist was ist es so angel du glaubst nicht was ich im radio gehört hab anscheinend sind die minutemen wieder da echt ich hoffe diesmal bleiben sie auch da wir brauchen sie definitiv definitiv so kennst du die farben die von ghoulen bestellt wird wahnsinn oder also also ich muss so so das machen diese schaltkreisen aber dass ich habe keinen schaltkreisen wie konnte ich nur vergessen so ein scheiß schaltkreisen mann wieso fällt mir das ich habe gesagt habe ich genug von von diese zeug so schauen wir mal noch mal er wert alphabettige ss 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 oder habe ich vergessen zu nehmen ja aber ich war jetzt zu nehmen scheiße ich bin so ein du hast doch bestimmt was dabei dass du nicht wirklich brauchst so jetzt gehen wir dachen wo wir wollen vorher vergessen dass zu nehmen nehmen ich habe gedacht hätte habe ich doch genug leben land ist auch cool doppel waffen wird auch cool so v und ich mache euch ein schütti so schutz gleich werde ich euch besser fühlen moral steigt schon ach scheiße kurze pause so anstrengend das werde ich hier gegenüber dem geiler war glaube ich weniger also das wasser das ist wasser wieso geht das nicht so wie viel schutz haben die schon 30 die schutzsteige mal wieder so denn haben wir schon das was wir wollen wenn wir haben so viel warte mal wo war das noch mal ich habe schon viel vergessen genau die haben kein schutz ein mensch er so geht den da ein bisschen schutz zu machen wenn alle haben schutz sie glauben wir sie müssen gehen wasser aha dem feld noch wasser ok ich mache man schutz und ein bisschen sehen die diesen langen zu grünen ich mag euch ein bisschen mehr den da felsen und wasser anscheinend wasser 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 wo ist wasser 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 da ist wasser 10 40 war eine so eine reiche glaube ich oder fünf sturm ok schutz das sturm ist hier genau sturm mit drei diese ding ich will gleich unter wahrscheinlich ich kenne mich so jetzt sollen die glücklich sein denn da feld ist wahrscheinlich ist gar nichts eventuell noch nächste vielleicht kann man sich noch weitermachen hier was wird hier ich bin doch gerade hier fällt noch was momentan fehlt was weil theoretisch haben die alles was die brauchen also wasser essen für 27 leute ja das erleichtert euch locker und 43 wasser energie schutz das sollte euch reichen komm bauen wir euch einen schutz noch zack so viel habe ich auch nicht aber ein bisschen hatte ja noch ein bisschen mehr schutz gut und jetzt machen wir was anderes was tolles ein tolles eu wir machen nächste ja wahrscheinlich an dieser die haben kein essen super das bohr lol und auf dem buch werde immer mehr leute oder was das bohr was ist da los kein essen wie viel so wieso ist jemand hier das kate 5 bett drei leute vorher war hier aber ich war schlag und vielleicht einer hat es für gestorben deswegen glaube ich muss er auftritt machen der ist echt langsam echt verdammt langsam mittelmann befehl ich befehlige dir der römer zu kümmern ich will ja jetzt und ja jetzt habe ich sechs essen wir haben ja auch komisch habe ich gefunden hätte sein so nein so nächste umgebung burg ist fertig jetzt fahren ja 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 Was stimmt mir nicht? V! Hä? Da wird es nicht geben. Oh ne Scheiß. Nein, äh, wo ist jetzt Schutz? Genau. Da, das. Zwei. Oh ne. Hallo? Scheiß auto. So. Oh, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ich bin dazu noch langsam. Äh, wo ist die, wo ist, wo ist diese Ding? Alter, ich lange habe aber nicht hier drin. Oh. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ja, alles. So. Ja. Ja, ja. Das nehme ich auch. Das ist auch kein Problem. Ja. Ja, wieso nicht? Weil du helfst mir, deswegen. so, das haben wir, das haben wir. Das haben wir, das haben wir. Das fällt uns Schutz hier. Aber hoffen wir jetzt an dir. Schutz haben die auch. Wo ist diese Insel? Wo ist diese Insel? Da ist die. Sechste Leute sind da. Oha. Ich habe nie gehört, dass so viele Leute da sind. Ah, ah, deswegen. Schutz. Muss mir ja das schnell machen. Langsam werden wir echt gut trauern. Mach ich hier noch eine. Hier eine. Da eine. Mach mir 20 einfach. Kannst kaum erwarten, dass diese gottverdammte Hitze aufhört. Okay. Okay. Ich bin nicht weiter entfernt. Okay. Ah, Punkt zu verteidigen. Okay. No problem. Ich kann nicht rennen. Ich bin nicht mehr. Nee. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr, woanders. Ich bin nicht mehr, woanders. Also, als wäre das ein, was ich? Das wäre ein. Geib. Okay. Ich bin nicht mehr. Ich bin ein. Geib. Ich binningar auch nicht mehr. ach du schalte ach du schalte schlott nein moni ich will das nehmen so und die waffe ist ein bisschen scheiße für mich alles ja scheiße ja das war ein bisschen leicht so leicht wenn dich schauen dass wir sie auch gebraucht dass ich habe sie eins verloren so das brauche ich das brauche ich nicht dass das das und sollten wir nicht irgendwo ein aber ja da hat er noch einer und was hast du das das ist aha aha also nicht so sehr schlau ist und nicht gut ist so also das haben wir für die super idee so was für uns diese noch ein bisschen will uns aber so viele roststoffe haben wir nicht mehr bei öl wird uns fehlen das heißt momentan mussten wir gehen wir zurück zu unserem so wir lagern das alles und ja leute ich werde sagen von mir aus ich werde alles rein machen noch und das war's wir sehen uns im nächsten video ciao